Okay, jetzt dürfen sie mich nicht targeten können, also schießen sie nicht, also kommt auch nix. Richtig? Das ist sehr unheimlich. Okay, Gegenstand kaufen. Nicht kaufen. Great. Soul of the Lost Sinner. Ja, das haben wir eben gerade bekommen. Also die Seele. Mist, Mist, Mist. Wann kriegen wir mal Magierzeug? Das heißt, die Seele könnten wir jetzt auch theoretisch benutzen, um an die Seelen ranzukommen, wenn es keinen dritten Schmied gibt. Das ist der Haken. Und da ich bei sowas lieber vorsichtig bin, bewahren wir die jetzt alle einfach auf. Niam, 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 niam. Ich hätte mir echt erhofft, dass da bald noch was kommt. Do travel. Wir haben jetzt 8910. Ich glaube, ich gehe nochmal ganz kurz zu Straight. Da. Und gibt die restlichen Seelen aus für diverses Zeug, das er haben könnte. Weil ich glaube, da war noch ein bisschen was an Zaubern und so, dass wir nicht so super, super dolle brauchten, aber was schon ganz schick wäre zu haben. Nicht Straight treffen. Ich hätte gerne seine Robe. Alles tot. Alles tot. Looten. Aber ich hätte bestimmt nicht angreifen, um die Robe zu bekommen. Den Stab. Das ist ein Zaubererstab und das ist ein Zaubererrobe. Wir haben so ein Firlefanzzeug hier. Und eine total abgewrackte Robe. Krummel. Dito. So, das hatten wir ja schon. Kaufen. Was hast du noch so? Du hast. Dauer von Zauber länger. Ja, geht so. Homing Soul Arrow. Lingering Flame. Was machst du? Das war die Bombe. Die kaufe ich mal. Zehn glaube, zwölf glaube, vierzehn glaube. Ja, die sind alle recht hoch. Licht. Magic Shield und Homing. Die Sachen würde ich ganz gerne aufkaufen, einfach nur, um sie im Repertoire zu haben. 25 glaube. Ja, ist ein Heal-over-Time. Also wäre schon praktisch zu haben später. Was machst du? Das waren Flächendingen. Ja, komm, dich kaufen wir auch. Ja. Dark Hex ist noch zu schwierig. Das ist auch zu schwierig. Und komm, den Ring nehmen wir auch noch mit. Ja, 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 ja. Ich mache auch gerne Geschäfte mit dir, um danach beleidigt zu werden. Travel, wo geht es jetzt hin? Wir sind nämlich bei Sinner's Rise. Also in Sinner's Rise gab es vielleicht noch Zellen und so, wo wir nicht waren. Aber es ging nicht weiter dahinter. Also hinter dem Boss ging es nicht weiter. Weil das halt ein Endboss war. Einer von den großen. Das heißt, wir könnten jetzt rein und versuchen, die großen Dinger zu töten. Und uns ein bisschen genauer umgucken. Weil da waren ja auch noch mehrere Türen, die wir nicht aufbekommen haben. Wobei die Türen nur ein Gebiet führen, wo wir ganz leicht auch von hinten rankommen. Das war sehr komisch. Was haben wir noch? Wir haben noch das Triumvirat. Das wollten wir eh testen, ne? Ich glaube, das war der Plan gewesen. Wir wollten gucken, ob wir das Triumvirat schaffen. Und wenn wir es nicht schaffen, dann gucken wir uns noch weiter da in der Gegend um. Und wir haben das Triumvirat gar nicht erst versucht, sondern sind gleich hier in das Gebiet gestolpert. Ja, okay. Ich würde jetzt gerne zum Boss. Ging das von Straits Zelle aus? Oh, jetzt ist er wieder da. Weg, weg. Ja. Weg. Ja, 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 ja. Lass mich hier weeeeg. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ja, das... Oh. Das war nicht schön. Lauf von der Horde explodierende Typen weg und werde dann erschossen. Weil ich genau das gemacht habe, was man nicht machen sollte. Stehen bleiben. Ich gehe von... Weg, 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 weg. Ich mag das hier nicht. Bring mich zu Macduff. Und ich gehe von da aus zu dem Boss. Zu dem Drilling. So. Weg. Weg. Ich glaube, hinter mir ist noch ein Hund. Hallo? Ja, hinter mir ist noch ein Hund. Komm, sau. Lau. Weiter. So. Gott. Eigentlich wollte ich den Hund zuerst töten. Ja, nee. Lass mich raus. So, hier rüber. Dann kommen sie hinterher. Das ist nicht schön hier. Ganz und gar nicht schön. Wenn ich mich vom einen ins nächste verhattel. Ich hätte alle Hunde unten ordentlich töten. Bist du hier hochgekommen? Wie? So. Absolut over. Okay. Ich hätte auf jeden Fall einen Kraut benutzen müssen vorher. Ähm. Tür auf. Klar, Bosse töten wir. Kein Problem. Trash-Mobs. Die bringen uns immer wieder rum. Okay, es gibt auch statistisch gesehen ein paar mehr Trash-Mobs als, ähm, Brosse. Oder, ne? Trotzdem. Weg. Ja, hau mich doppelt. Ist okay. So. So. Und ich sollte nicht durchgehen, die Flaschen verbrauchen. Genau jetzt kommst du hier hin, ne? Die Länder saft, zack. Ich wollte jetzt nicht alle Flaschen verbrauchen, sonst haben wir beim Post keine mehr. Oh, 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 oh. Oh, das war nett. Also, dass ihr euch selber in Luft gejagt habt. Oh. Und da müsste er sein. Genau. Ich hätte vorher gerne aber ein, das da. So. Ich hätte gerne volle Leben. Ich hätte gerne volle Zauber. Und die machen physischen Schaden, also bringen mir die ganzen Resistenzdinger nix. Ja, okay. Plan. Ich gehe rein, ich mache Homings Homemess. Ich tanze oben auf dieser viel zu viel zu kleinen Plattform im Kreis, um einen Typen mit einer sehr langen Waffe, der durch Wände durchschlagen kann. Versuche ihn zu töten. Wenn wir das schaffen, putzeln die anderen beiden runter und ich versuche sie von oben zu snipern, was nicht gehen will, weil sie sich unter die Plattform verstecken werden. Zu dem Zeitpunkt muss ich runtergehen und dann zwei Gegnern gleichzeitig ausweichen. Und dabei zaubern. Na? Viel Spaß. Oh, Bomben. Bomben könnte helfen. Die sind nämlich ein bisschen fixer. Aber ich habe nicht so viele davon. Ich sollte bei Zeiten mal davon welche kaufen. Giftpfeile. Die könnten echt was bringen. Also es sind Konstrukte. Ich weiß nicht, ob man sie vergiften kann. Vielleicht ist das ja auch Säure. Das müsste man dann schauen. Ja, schauen wir mal. Gehen rein. Gehen rein. Okay, sie sind langsamer, als ich dachte. Heilen soll ich mich auch noch gleich. Genau. Genau. Das war komisch. Ich hätte mich auch nicht treffen sollen. Und Feuer, Berlin. Hat er gerade den Schild hochgemacht? Das finde ich so schön. Okay, den einen haben wir gleich. Weg. Okay. 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 Das war der einer. Warte mal. Nein! Oh, Bagger. Also die kommen hochgesprungen. Das ist eine sehr wichtige, sehr nützliche, sehr schöne Information. Oh. Das heißt, wir können die einzeln töten. Wir töten die eine Statue oben. Locken den nächsten nach oben, töten ihn oben und so weiter und so weiter. So, die da müssen wir fokussen. Ja. Nicht sterben ist unser erster Fokus. Den da töten wir uns weiter. Ja, ja, ja. Au. Oh, ey. Passiert doch irgendwas, wenn sie alle Säulen kaputt machen. Das habe ich jetzt schon mehrfach gehofft bei vielen Gegnern. Aber irgendwie hat das nicht so ganz geklappt. Genau. Du. Bloß nicht wirbeln. Wirbeln ist doof. Das erwischbe ich nämlich irgendwie immer. Au. Komm, komm, Schild runter, du doofes, doofes Ding. Hallo, 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 hallo. Ja, und du bist tot. Sehr schön. Wesentlich besser als gedacht. Aber wir haben uns jetzt auch ganz schön gut Zeit gelassen mit dem Boss hier, ne? Oh, nicht gelevelt, mehrere große Seelen gesammelt in der Zwischenzeit. Au. So, versuch mich zu hauen, wenn du mich wirbelst. Au. Nein. 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 Alles gut. Alles gut. Geh weg von seinem Wirbler. Und die Tränke sind alle. Genau. Jetzt Abstand halten. Schön hochheilen, zaubern, alles gut. Alles gut. Komm, 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 komm. Zwei Treffer noch ohne Schild, dann ist er vorbei. Und vorbei. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wir wollen Sentinelsaurer. Okay. Ja, es war ein bisschen doof, dass ich sie nur so aufschieben musste. Das war so ein bisschen wie mit der Klerikerin. Den Hals zu voll genommen. Und bei denen hier einfach zu früh die Flinte ins Korn geworfen. Ich hätte es einfach länger probieren sollen. Dann hätte es vielleicht auch irgendwann geklappt. Also auch damals schon mit den... Ich höre Ketten. Ich mag keine Ketten. Also auch damals schon mit den vermeintlich nicht so starken Charakter hätte es wahrscheinlich auch schon geklappt. Wobei die Zauberanzahl hätte ein bisschen problematisch sein können. Also wir hatten da glaube ich nur drei oder vier Zauber zur Auswahl. Die wären recht schnell alle gewesen. So, da hinten ist Loot. Ähm. Okay. Nicht so schön. Noch irgendwo Secrets. Der Sprung sah auch gerade recht weit aus. Also ich weiß nicht, ob man da... Oh. Ob man da regulär aufkommt. Ah. Hier kommt mal. Erstmal Wende checken. Wir haben Zeit. Kommen wir grad vor wie ein bisschen beim Legend of Grimrock LP. Wo ich eine Folge lang oder mehrere Folgen, die wir nur verbracht habe, irgendwelche Geheimwende zu suchen an den Wänden. Immer nur Schaltersuche. Ja. Illusion is head. Dankeschön. Aber hier rentiert sie jetzt auf jeden Fall. So, du. Stab, 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 Stab. Ohne tolle Robe. Ganz schön. Husch. Ich soll die Klappe halten. Okay. Ich hab's verstanden. Ich soll nicht immer wieder nach Stäben fragen. Zeig Demut. Was machst du jetzt ernsthaft? Hm. Verringert die Geräusche, die der Zaubernde verursacht. Hm. Ja. 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 Ja.